Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich weiß, dass mittwochs kein Video kam. So am Mittwoch meine ich. Aber ja, eben Mittwoch habe ich so lange Schule. Und wenn ich da dann alles mache, da komme ich nicht mit. Vielleicht werde ich auch noch einen neuen Uploadplan machen. Aber ja, da kann ich mir noch Zeit lassen. Ich möchte mich einfach dafür bedanken, wie viel Feedback ihr mir immer bei diesen ganzen Kommentaren gebt. Also ja, einfach ein großes Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich habe sogar einen Kommentar von Kuki-Ashtag-Love bekommen. Und das hat mich auch mega gefreut. Danke an alle, die mir immer so ein gutes Feedback geben. Ja, Sonntag wird wieder hoffentlich ein besseres Video kommen. Hab euch ganz so lieb. Bis dann und tschüss.